Moin und hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir wollen zu Marnie, aber es ist abgeschlossen, weil, ja, sie macht ja zu. Das heißt, ich kann nicht mal zu ihr in die Bude kommen. Äh, kann ich jetzt leider nicht ändern. Schade, das war vorhersehbar, glaube ich. Zumindest für die, die das Spiel auch spielen, nicht wahr? Aber ja, na gut, dann gehen wir jetzt nach Hause. Hat ja keinen Sinn. Bin ich leider zu spät losgedackelt. Aber Marnie war ja auch die ganze Zeit in ihrem Raum. Ich weiß gar nicht, wenn sie auf Öffnungszeiten ist, warum ist sie dann vorne nicht an der Kasse. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich zugeben. Das finde ich ein bisschen schade. Kann ich das noch wegpacken hier? Ja, muss ich mal gucken. Die Bären. Ne, ich habe keinen Platz für die Bären. Das ist ein Problem. Äh. Ja. Doch, da ist eine Cave Carol. Die könnte ich von Sam annehmen, die Quest. Dann muss ich gucken. Kann ich die, kann ich die Quest noch annehmen? Schnell gucken. Dann muss ich Sam aber bei Gelegenheit erwischen. Und hier. Ich habe tatsächlich eine Cave Carol. Da habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt gehabt. Schauen wir mal. Muss ich Sam allerdings finden. Wo finde ich Sam? Vielleicht in der Kneipe gerade? Sind die abends unterwegs? Aber es ist schon Wochenende, ne? Sam? Shane? Du willst alleine sein? Okay, ich weiß. Okay, ich würde sagen, Sam ist nicht das. Sam war, glaube ich, der mit den blonden Haaren, ne? Jetzt komme ich wieder durcheinander. Wer ist Sam nochmal? Alter, nichts. Kein Glück. Ich kann bei den Leuten jetzt noch nicht mehr hingehen, weil es ist ja schon nach 8 Uhr. Aber das ist zu spät, um Hallo zu sagen. Außer man ist befreundet. Komm, wir geben die Kartoffel ab. Es geht ja nicht anders. Ich kann ja nicht tagelang hier mit einer Kartoffel rumlaufen, da. Das, äh, funktioniert nicht. Dann packen wir die Kartoffel noch schnell in, äh... Nicht wahr? Zack. Kartoffel. Und dann ab ins Bett. Gute Nacht, Kussi. No, ein bisschen was ist gebracht sogar. Beichern. Wetter. Was sagt denn das Wetter für, äh, morgen? Das Übliche, okay. Und was sagt mein Glück? Auch nicht so toll, okay. Was gibt's an Soßen? Oder Essen? Tortillas. Okay. Ich kann Tortillas kochen. Yeah. Bisse. Oh, wow. Eggplant. Ich weiß allerdings nicht, was Eggplant eigentlich genau ist. Ich bring die Sache mal kurz rüber, bevor ich das vergesse. Nicht wahr? Muss ich beilen? Ich glaube, Sam finde ich jetzt noch nicht. Der ist, glaube ich, noch nicht unterwegs um die Uhrzeit. Der schläft bestimmt noch. Ich glaube, ich finde Sam dann auch. Eine Eggplant. Eine Eggplant, die ist lustig. Oder wie war das? Zack. Muss ich noch irgendwas Spezielles haben. Ja, aber das muss ich alles herstellen. Hm. Uah. Habe ich nur etwas im Hals? Oha. Ähm. Schauen wir mal. Ähm. Sam, 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 Sam. Es ist noch nicht 8 Uhr. Tja. Auf der Lauer, auf der Mauer, oder wie war das, ne? Ich müsste ja eigentlich drüben erst noch die Arbeit fertig machen. Aber es ist Sonntag heute. Dann schlafen die sowieso alle ein bisschen länger. Dann gehen wir erst wieder zurück. Wir machen unsere Arbeiten. Und dann muss ich mal gucken, dass ich Sam noch erwische. Eggplant. Gelaans. Jawohl, ja. Tü-tü-tü-tü-tü. Das kommt da rein. Und das kommt da rein. Habe ich noch irgendwas? Ne, im Augenblick nicht. Pinta. Wüsste ich jetzt nicht genau, ob ich das noch brauche. Oder nicht. Das ist noch nicht fertig, ne? Dann können wir die ja gießen. Gießen, gießen, gießen. Das Gute ist da, das ist schon alles gewachsen jetzt hier. Das brauche ich jetzt nur noch enden, das kommt dann hoffentlich schnell wieder. Und dann geht das schon. Das Harzbuch, das Harz muss ich mal gucken, das werde ich vielleicht doch erst nochmal weggeben. Mal brauche ich ja eh nicht. Ich habe noch keine Küche und ich brauche eigentlich noch mehr Kisten, aber da brauche ich noch mehr Holz für. Da muss ich nochmal gucken, ich muss mehr Bäume anpflanzen, das zieht sich. Ist halt nicht von heute auf morgen. Nicht von heute auf morgen. Na, reicht das? Ich glaube, das reicht nicht mehr. Schade. Bin ja mal gespannt, wenn ich das alles geupgradet habe nachher auf Gold. Hier, das soll Maximum sein in Ostern. Bin ich mal gespannt. So. Schauen wir mal. Na, Kusi, du bist auch schön unterwegs hier, ne? Du hast Spaß. Ich muss hier noch ein bisschen arbeiten, nein, auf dem Sonntag. Ich muss auch gleich die Tiere wieder füttern, weil das Futter wieder alles... Und Sam muss ihn neu erwischen, auf jeden Fall, das ist wichtig. Der will ja noch die Möhre haben, da. Aber es wird langsam. Langsam, aber stetig geht's aufwärts. Geld kommt langsam auch rein. Mit dem Sommer und dem Herbst geht's langsam echt aufwärts. Nicht wahr? Ah, es ist wieder alle. Okay. Ja, ja. Hier sehen irgendwie ein bisschen komisch aus, die Blumen, muss ich sagen, hier. Ganz komisch. Da muss ich gießen. Das Problem ist, ich sehe nicht genau, ob ich dann gieße oder nicht. Ja, gut, hier verbindet sich, das kann ich dann auf jeden Fall sehen. Das ist richtig gewesen, das ist da oben leider nicht. Na, wird schon nicht mehr. So, jetzt muss ich erst nochmal Futter mitnehmen. Na, die Tiere wollen ja auch was zu essen haben, nicht wahr? Das Pintar kann ich noch mitnehmen. Ne, Oak. Nicht Pintar. Oak ist das hier. Na, ihr beiden. Ja, ne. Zack, zack, zack. Wie alt seid ihr jetzt eigentlich schon einen Monat? Immer noch einen Monat, okay. Ich muss eigentlich mal gucken, dass ich euch hier irgendwie... ...daußen rumlaufen lassen kann. Wissen Sie, Kussi? Kussi? Da bist du. Braver Hund. Ich war immer noch nicht im, äh... Äh, diesen... Okay. Immer noch nicht in der Höhle, doch. Da muss ich mal gucken, was die Fledermose wieder da gelassen hat. Dann habe ich auch was Tolles. Das ist... Wow. Äh. Nein, ich kann das nicht alles mitnehmen. Das ist ein Problem. Das ist ein Apfel, den muss ich mitnehmen, auf jeden Fall. Das ist jetzt ein Problem. Ich habe echt keinen Platz mehr im Inventar. Ich muss echt Platz schaffen. Das geht so nicht. Schmeiß das da rein und schmeiß das da rein. Das geht nicht anders. Das muss ich abgeben. Das ist Gold. Das packe ich erstmal hier rein. Ich weiß ja nicht, ob ich das noch brauche, aber... Ich sammle es mal trotzdem. Ähm... Die anderen Sachen muss ich gleich sammeln. Da ist ja echt viel zusammengekommen. Hätte ich ja nicht gedacht. Das muss ich aber erstmal zu den Hühnern, bevor ich das vergesse. Zu den Hühnern. Auf geht's. Na, ihr beiden. Ja, ne? Habt ihr wieder was Tolles da gelassen? Sehr gut. Ihr kriegt auch was Tolles zu essen. Bitteschön. Ich muss auf jeden Fall wieder Futter besorgen bei Marni. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Schauen wir mal. Packen wir mal, das ist noch weg. Und dann muss ich jetzt nochmal kurz in der Höhle nachgucken, ne? Ich muss nochmal gucken, wie viel ich für so eine Kiste brauche. Das und das dann noch rein. Das Problem ist, ich brauche... Ich brauche noch die Sachen für Marni. Ich muss Marni gleich mal gucken, ob ich Marni treffe. Damit ich die Quest auch abgeben kann. Zack, zack, zack. Salmon Barry hatte ich, glaube ich, schon. So, das packen wir noch weg. Und dann muss ich mal gucken. Jetzt muss ich Sam erstmal erwischen noch. Das machen wir da rein. Das machen wir da rein. Salmon Barry brauche ich auch nicht. Der Rest bleibt erstmal in der Hosentasche. Dann gehen wir mal rüber, geben die Sachen ab und gucken mal, ob wir Sam noch unterwegs finden. Und dann muss ich noch zu Marni eigentlich rüber. Weil das wird schon wieder verdammt spät, ne? Müssen wir mal schauen. Das muss ich irgendwie noch hinkriegen. Schnell, schnell, schnell. Hi Caroline. Ob ich den Tag... Nein, auf der Farm ist immer was los, leider. Zwischendurch, wenn ich mal gerade Luft holen kann, dann mache ich Pause. Ansonsten eher nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein paar Sachen abgeben können. Da nicht. Da auch nicht. Da kann ich Peach abgeben. Bitteschön. Einen Apfel könnte ich hier noch abgeben, aber den würde ich drüben erstmal gerne abgeben, weil dann habe ich das Bundle komplett. Wäre schön, wenn die mir die Fledermäuse noch mal einen Apfel vorbeibringen. Weil einen bräuchte ich noch. So, du kriegst das noch fürs Futter hier. Ah, ich muss drei Äpfel haben. Ha! Ja, das habe ich nicht gesehen. Drei Äpfel ist... Hm. Aber das wäre fast fertig. Das andere... Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn da, wenn ich den Apfel da reinmachen würde. Na, da fehlen mir immer noch drei Sachen. Die habe ich aber leider nicht. Bei dem anderen ist die Aussicht höher, glaube ich dann, oder? Oder ich behalte den Apfel erst, aber das blockiert mir auch wieder einen Slot. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Ziegenkäse, Käse... Ja, Käse könnte ich mal gucken, ob ich das bald herstellen kann. Aber da muss ich noch mehr Metall farben in der Mine. Das ist auch so eine Sache. Ich musste auch besser werden in der Mine. Gucken wir mal. Jetzt muss ich Sam erstmal wieder finden. Wo ist Sam? Ist Sam hier? Alex? Oh, jetzt laufe ich erstmal gegen... Wo ist denn Sam? Wo ist Sam hier? Äh... Ne, das ist Alex, Bruder. Okay. Sam, 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 Sam. Wo wohnt nochmal Sam? Das ist jetzt die große Frage. Sebastian wohnt oben. Kann ich nicht sehen gerade. Hm. Jetzt ist Marni gerade vorbeigelaufen. Jetzt muss ich mich beeilen. Kann ich Marni noch erwischen gerade? Marni, warte! Nein, nicht essen. Schön. Und wieder jemand zufrieden gemacht. Zufriedengestellt. Tja, Marni, dann haben wir das wieder geschafft, ne? Und die Zeit ist auch schon wieder um. Wucht, wie die Zeit vergeht. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.